Guten Abend Und willkommen zurück zu Niedlichem Gemetzel Ich meine ich bin Wandersten gelaufen Und bin dort erneut gestorben Ah ja Also Es ist ein schneller Und dann ein paar langsamer Autsch Ich würde mich zwischendurch heulen sollen Okay So 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 die Strecke bekannt vorkamen nein oh goddammit sehr schön können wir jetzt weiterleben au scheinlich ok man heiligt mich mal präventiv wir bleiben am Leben fürs Erste voll ein Schlag hat geführt oh god ich könnte mich jetzt voll heilen au irgendwas ist da schief gelaufen so ok ah achso das heißt wenn ich einmal den komplizierten Weg gemacht habe kann ich die abgeziehen ok war das ne das war nicht der Bereich das wo schwierig war ich würde schon sagen mir war das ja zu einfach ok das scheint hier zu sein hi hier um den Berg zu besteigen hier um den Berg zu besteigen ich habe Geschichten von einem Gipfel ganz da oben gehört leider zu weit oben für mich ich habe es nicht so mit Höhen mit Höhen ja nehm ich ah ich glaube das ist noch nicht mit dem Matheus etwas ich weiß irgendwie sollte man aber auf jeden Fall höher kommen ok das ist es nicht und hier hochkommen ist auch nicht dran ok ah stimmt hier ist einfach der Weg ja und zweites Mal rechtes nicht so ah diesen das kann man töten da steht Bank vielleicht muss ich die aber auch erstmal kaufen vielleicht muss ich die aber auch erstmal kaufen oh man au 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 Springen hat es leider nicht mehr gereicht. Oh boy. Okay. Aber ich sehe, es gibt eine Abkürzung in diese Richtung. Ich muss nicht den ganzen Weg rechts umdrehen wollen. Ah. Die Pfosten. Da ist das halbe Geld gerade untergefallen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Wir lassen kein Geld verkommen. Äh. Okay. Ah, das vielleicht gibt es ja noch ein bisschen interessant aus. 119. Ich habe es noch ein bisschen mehr als die Störbeinwand aus. Oh. Boy. Wir haben hier zu viel Reichweite. Ah ja, jetzt reicht die Abkürzung morgen. Oder den weniger gefährlichen Fahrt. Das hingegen wird weiterhin asozial bleiben. Ach, der nicht. Au! So, der einfache Teil. Wer nie. Okay, da gibt es nach links noch einen Weg. Aber der juckt mich nicht so sehr. Ah! Das war... Das spürt für mein Herz. Hör auf! Okay, ich muss den da drüben doch töten. Ich glaube aber, ich habe nicht so viel Geld verloren. Mich nervt es eher, dass ich diese gesamte Strecke neu laufen muss. Erneut. Ich sollte auch mal nachgucken, was hier oben links ist. Wenn das schon ein abgeschlossener Raum ist. Ah! Da kann ich jetzt ein bisschen stecken mitgeben. Da gab es ein Ei. Ich erinnere mich. Zusell ich damit machen. Ich glaube, ich sollte auch generell noch nicht in diesem Video zu viel rumher wandern. Ich glaube, ich sollte mir selbst nicht gefallen, wenn ich einfach rausgehe. Aber eigentlich möchte ich die Zugstation finden. Ich weiß was mir sieht. also Aber von der Seite kommt man da nicht weg. Ich hab's gesehen, es ist was runtergefallen, aber es ist gerade zu schlimm. Hier hoch. Stattdessen... Ah, ich muss nicht mal gedrückt halten, um an meiner Wand zu bleiben. Vielleicht will ich mich einmal ran drücken. Hm, seitlich darf das nicht. Interessanterweise. Ich hoffe, was sonst hier drüben reist ist. Okay. Hey du. Sehr gut. Ich will ganz sagen, das sollte sich dann lösen. Ah, das gesamte Ding ist angehalten. Praktisch. Es ist weiter gelaufen. Es ist die ganze Zeit einfach weiter gelaufen. Jetzt hört er irgendwann auf. Okay. Nach unten. Boi. Also, zwei von denen sind echt asozial. Da ist die Bank. Wait, da... Ja gut, aber da oben... ...war ja auch der Boss. Oder der Zwischenboss beziehungsweise. Das heißt, wenn ich den Zwischenboss erledige, habe ich eine Bank. Ah. Die Frage ist, wo der Hirschkäfer ist. Ich dachte, ich habe ihn einmal gekauft. Oder ich könnte den noch kontrollieren. Guck her. Sehr schön. Hm. Komisch. Ich gehe weiter, aber... Also, ich hole meinen Geist. Aber ich gehe weiter nach rechts anstatt nach oben. Hier rechts. Und dann... Das habe ich alles ausgeschaltet. So. Ach, nach rechts kann ich ja gar nicht. Das war der Punkt. Also, man kann ja anscheinend reflektieren. Wenn man es richtig macht. Und nicht so wie ich. Okay. 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 Einfach wir in Bewegung bleiben. Ich gehe anscheinend dagegen. Also gegen diese Mücken. Hm. irgendwo für muss doch diese plattform gut sein man scheint nicht wirklich ok muss ich wohl die andere richtung erstmal nehmen so ich kann runden aber da sehe ich gerade keinen grund zu ok holen wir die andere bank den save bank deswegen habe ich das war nichts wir haben jetzt volles leben ach ich wollte gerade sagen ich will jetzt ausholen und zurück was habe ich getan nicht so gegen das ding kämpfe ich nicht aber die sind asozial und gemein ich wollte gerade hoch springen ich habe mich extrem angestellt ich habe mich über mich selbst gerade mehr aufgeregt als über das spiel ich habe mich schneller am weg gefahren vergiss nicht dass mein schwert bereits verstärkt ist also vielleicht zwar nur einmal aber es ist am ende sollte ich her wenn das schwert rein wird versperrt ist so nicht da wahrscheinlich ist es schneller die ganze zeit hin und her zu springen wenn man eher so ein bisschen aufgrieb hat also ich probiere es noch ein zweimal ansonsten kann ich ja gucken was zur alternativen wie gesagt au also eigentlich muss ich die ganze zeit nur ausweichen und sobald der da verteidigt nur die bank also wenn ich einfach vorbeilaufen will dann ok und ich habe das jetzt freigeschaltet dann muss ich durch weniger laser vorbei dann ich werde das oh shiit Oh, Mann. Dammit. Aber das überrascht mich, dass der so stark ist. Also, ich dachte jetzt so, ja gut, ich habe jetzt halt ein paar... Zweimal habe ich den, glaube ich, mit einem Laser getroffen, also mit meinem Seelenangriff getroffen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Pferd, Pferd. Oh, das wird besser. Ja, wait. Ich kann jetzt hier lang. Ne, andersrum. Eine Etage, ich kann auch die rechte Ecke hier mal kurz untersuchen. Oh, okay. Also, hier könnte ich theoretisch auch rüberspringen, wenn ich das richtig mache. Achso, da muss ich erst mal von oben runter. Ich kann nicht. Da einfach so hin. Außerdem ist dein Wurm. Ah, deswegen sind er diese kleinen Löcher. Oh, was ist denn da gekommen? Achso, ich habe von unten, dass der Laser auf dem Tür kommt. Da bin ich auch irgendwie recht gut durch den Laser gekommen. Okay. Ja, ich bin gerade ein bisschen sennlos. Ich hätte da vorher nach rechts kommen können. Egal. Okay. Ja. Okay. 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 Ah, dammit! Oh mein Gott, ich habe es hingekriegt, hat er 500 davon gegeben? Okay. Ah. Okay. So. Ah ne, hier war ich insgesamt noch nicht. So. Okay. Das ist nicht Ruhe. Muss ich generell in diesem Bereich haben, wenn wir versuchen. Autsch. Okay. Okay, ich muss gleich durchspinnen, bitte. Okay. Hallo. Okay. Okay. Das ist ein weiterer Weg. Oh Mann. Das ist asynchron. Okay. Okay. Hey. Okay. 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 Oh. Das ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Okay. 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 ich habe das zweites mal sehr schön damit hätte ich den Bereich aufgetiert unten gibt es noch einen Bereich ah ja den habe ich auch dann gibt es da diesen sehr asozialen Bereich nach rechts und dann gibt es noch diese Strecke nach oben Ah, da hätte ich mehr gesparen können weil ich eh bei der Bank lande wobei ich kann aber nicht hier hoch weil das so ist es geht nicht dann gibt es nur noch nach oben hier gibt es keinen Grund hoch zu gehen Au Schlüssel des Warenhändlers okay Nun denn, äh, da geht's nach oben, gucken wir erstmal, was der hier verteidigt, achso, so, gar nichts, ich bin einfach da zum fahren, na gut, sei es drum, so, da ist nichts, Ah, was für ein Ausblick, nicht wahr? Es überrascht mich nicht, dass du die Strapazen der Reise durch diese schimmernden Höhlen überlebt hast, von dir geht deine Aura der Stärke aus, sie wäre sicher sehr furchtablos, wenn du nicht von so kleiner Gestalt wärst. Hat es dich betrübt, diese Mienarbeiter da unten zu sehen, wie sie endlos für sich hinschuften? Obwohl sie schon bezwungen sind, ist in ihren Höhlen eine starke Entschlossenheit eingeprägt, das Kristaller soll eine Art Energie enthalten, zwar nicht so stark wie die Seele, welche die Stadtbewohner nutzen, aber weitaus weniger tödlich. Seltsam, solch urhalte Fakten zu kennen, ich frage mich, woher mein Wissen stammt. Hm. Aus Fake News, aha. Okay. Da kann man von oben wahrscheinlich runterfallen. Ich könnte es uns langsam einen Hirschkäfer finden. Au. Naja, ganz langsam gemütlich. und hoch und weiter langsam ich hab mir ausgerechnet die stelle die am wenigsten platz hat ausgesucht schon haben wir das wanderers solltet ihr mir mal langsam durchlesen ich bin hier rausgekommen interessant gab es da einen seitenlieg ich hab bisher nicht geschafft solche bilden zu zerstören aber ich könnte schon mal da wo ich bin eine markierung hinsetzen so den weg habe ich noch nicht gestritten weg freischalten da sieht nach einem sehr großen bösen käder aus gut dass er schon tot war ist bleibt ha ok unter mir ist nichts so Ich habe einen Wurmheulen. Da oben. Aber so weit kann ich nicht überspringen. Außer vielleicht mit diesem, kann besonders häufig dashen, alles mal. Oh, shit. Ich markiere ihn sonst mal. Oh, shit. What? Au! Ah, immerhin. Er ist uns ziemlich gemein gewesen. Oh, fuck. Ich habe das Ding abgeschossen. Ich glaube, ich habe mich gerade eingenäßt. War das Ding geziemt, dass ich mich eingenäßt habe? Weil das wilde sich so an, als ob es Ding geziemt war. Ich habe es betrachtet. Kristallherz. Kristallherz. Halte LT, wenn du am Boden bist und dich an einer Wand festhältst, um deine Kraft zu konzentrieren. Lass die Taste los, um vorwärts geschleudert zu werden. Äh, warte. Lenker Trigger. Okay. Hallo, der. Hallo, der. Das kostet mich nichts. Ähm, wait. Ich wollte nach oben. Achso. Weil ich kann den Scheiß wahrscheinlich dann auch so rum machen. Ja. Das ist lang für mich so, als ob ich es auch nach oben machen kann. Ne. Okay. Das vereinfacht einiges. Regelkost zur Bank. Ich habe gehört, wir mögen denken. Ähm. Ähm. Das geht zwar nach oben, aber das sucht irgendwas ganz anderes. Ich gehe jetzt zweimal nach links. Da nach oben kann ich noch nicht. Oben rechts war ich noch nicht, aber ich glaube der war gesperrt. Okay. Ansonsten da nach unten rechts. Ja, ich glaube ich würde sonst erstmal die beiden Wege nach links untersuchen. Ah. Ja. Ähm. Oh. Also, hier nach oben kann ich immer noch nicht, glaube ich. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass hier irgendwo hinweist. Ich glaube, ich werde hier nicht weitergehen. ein einfacher schluss warte sehe ich das richtig das ist die stadt lange waren sie getrieben das dorf war einst warm wurde kalt die meid verspürte trauer sie umklagte ihren einsamen panzer und plötzlich als ob die tragische zustand spürbar war dann der retter zurück um den haupt ist strahlend hell unter strahlenden herrn augen schwarz zu verkollen funkelnd augen nur für die meid lange vermisst und lange begehrt ihr retter lehnte sich an sie setzte sich daneben absolut gelassen in diesem geladenen atemlosen moment mussten keine worte gesprochen werden der panzer der meid fühlte sich hier plötzlich so eng an ihre klauen gekrümmt keine blicke wurden ausgetauscht keine klauen berührten sich einfach perfekt schmerzen der liebe in stille geteilt zusammen mehr markierungen das brauche ich erstmal nicht das ist der zug die links ist weg wo dieser lämmernde alte aufzug wohl hinführt rauf zu den alten minen und der spitze nehmen mich ja was da oben stimmt es dass überall wo du hindriss kristalle wachsen ein dorfbewohner brachte einem an einige diese kristalle ins dorf verstehe ich den anderen selbst nicht ganz essen kann man sie nicht wissen als kisten sind sie auch unbrauchbar wir scheinen mir nicht annähernd die mühe wert zu sein so kann man es auch sehen der schlüssel zu meinem lagerraum ich dachte den sehe ich nie wieder hast du den vielleicht in diesen alten minen gefunden ist interessant ich habe keine ahnung wer dorthin gelangt sein könnte sehr ehrlich von dir in mir wieder zu bringen ja sehr nett und jetzt kann ich auch mein altes lager öffnen und die einige der seltenen dinge verkauft die daran staub gefangen haben diese gegenstände sind vielleicht schon etwas älter haben wir doch immer noch den vollen markt als sehr hochwertiges zeug sie dich einfach hoch ok immer noch eine masken scherbe die ich nicht kenne gefäßteil ein stück von er das ihren gefäß eleganter schlüssel ähm forscher fand diesen originellen schlüssel in den wasser wegen der stadt tief und uns schwimmend ich habe ihn nicht gesäubert das wäre eine option um nicht so viel zeit zu verschinken magst du das gegner mit deinem nagel zu für mich war mit diesem salzmann wirst du sie mit jedem schlag weiter weg kriegen lassen ich brauche aber eher dass ich mehr schaden verursache das hat der andere aber jedes mal wenn ich sterbe geht er kaputt wenn du es hältst lässt es dich schnell und unermüdlich umherrennen als wirst du wieder jung oder so ähnlich und ein einfacher schlüssel ok ich habe mittlerweile zwei oder drei orte wo der schlüssel hinkommt ich sollte sie vielleicht markieren ich glaube ich würde das ja trotzdem gekauften einfach weil es nicht so schlimm ist bevor ich das aber mache die frau ist weg möchte ich kurz meine belohnungen für die ganzen käfer haben ja für sowas wärs praktisch ich habe jetzt quasi zwei salzmann getötet das waren 500 münzen mal gucken wir mal was da für die schlüssel hinkommt ich bin 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 ich das 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 erhält die dankbarkeit der fratellaven erhalte sie da wenn du schaden nimmst mal aber ich war nicht mehr viele viel schaden wenn ich schaden borse oder vielleicht ist beides gut wie ich die ganze seite bild dann kann ich ganz zeit meine stern schüsse abschicken da muss ich noch mal gucken wie viele ich hab das sind jetzt 35 ich sollte mal langsam günstiger kaufen damit ich mehr hab weil bei 10 kann ich mir ein neues fragment kaufen ok wie wärs mit dem eleganten schlüssel und dem geoschwamm und dem eleganten schlüssel das sind 1100 dann kann ich noch irgendwas hinzufügen oder sowas wie robuster panzer kaufen also das lohnt sich und dann kriegt mir das zeug nicht mehr so einfach weg so das ist eine möglichkeit ich könnte das und den normalen oder den eleganten schlüssel holen ich glaube die elegante schlüssel hat noch ein bisschen zeit ich würde noch einen einfachen schlüssel kaufen weil ich will noch nicht in die stadt nach unten ich habe noch ein ganzes gebiet übersehen das ist noch nicht das nicht so schwer sein sollte oder nicht so schwer wie das was ich bisher gehabt warte jetzt bin ich neuergeblich das ist mir vollkommen das ist mir vollkommen ich habe den geoschwamm noch nicht ausgelöstet das hätte ich machen sollen aber da nach oben komme ich wahrscheinlich mal nicht was ist das wir bewiesen diese worte sind euch allein bestimmt diese sind ja das hatten wir ganz am anfang nicht schlecht ok bevor ich mich wobei ich kann erstmal reisen ja ich sollte mich nicht hinsetzen weil sonst verliere ich die beiden leben so und dann wollen wir zum grünen weg bei der wegkreuzung werde ich nochmal alles also die paar rote die ich markiert habe untersuchen aber dafür möchte ich erstmal mit ein bisschen mehr geld ankommen ja ich verzichte jetzt auf die leben ist halt jägerlich aber mein gott so das möchte ich behalten das heißt ich nehme erstmal das raus weil ich bin auch bisher ohne gut ausgekommen und nehme das wieder rein das passiert ja 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 Ich heim mich mal, dann kann ich... Ich hätte nachgucken sollen, wie das jetzt... Es fliegt einfach alles zu mir, aber ich muss mich darum nicht mehr kümmern. Ah, der Schlag weg tiefer, dann ist es seitlich. Ah ja, da war was. Oh shit, ich wollte er nicht wegtaischen. Oh shit, ich wollte er nicht wegtaischen. Ach, gemein. Wow, dass das überhaupt geht. Ah, ich wollte gerade sagen, ladest du bitte auf. Ah, ich glaube die Position ist schlecht, oder? Ah, wobei, geht. Ich wollte gerade sagen, wie, ich muss noch mal von vorne anfangen. Okay. Ich bin gespannt, wo der genau jetzt sein wird. Ich bin gespannt, wie ich das hier schläge. Oh, brauchte ich früher drei Schläge? Und unten war glaube ich nachher, genau hier. Ja. Ich bin gespannt, wie ich das hier schläge. Oh, das ist schon mal. Boi Darf ich? Wow ok Get me the fuck out of here Heile ich mich hoch oder? Weil wenn keine Gegner existieren kann ich mich nicht wirklich hochheilen Und ich muss aufpassen dass ich nicht drauf gehe Na guck mal Kann ich schon mal sicher sein dass ich nicht so einfach drauf gehe Oh Na gut Ich hatte nicht wenig Geld dabei als ich drauf gegangen bin Deswegen habe ich das überhaupt nicht gemacht Das ging eigentlich Äh Guten Abend Frau Coration Ja das ist mein erster Durchlauf Dankeschön Wobei ich glaube ich habe mich jetzt schon zweimal verlaufen und bin in die falsche Richtung gelaufen Oder zu voreilig irgendwo hin Oder zu voreilig irgendwo hin Ah Naja Da hätten genauso gut keine Dornen sein können Wow ok Irgendwie hat er sich da nicht festhalten wollen Na gut Ein Versuch noch Jetzt muss ich schon wieder zurück Na ja Falsch gibt es eigentlich nicht im Beispiel solange du hinkommst bist du nicht falsch Ja gut aber Was war es Gibt es dieses Nebelgebiet Da war ich noch gar nicht Aber ich habe die Kristallminen erforscht Und jetzt bin ich so neugierig für was auch immer mich da jetzt gerade erwartet Als das sehe ich Wieder in das Nebelgebiet gehe Jetzt ist Ja Nebelschlucht Ich glaube das hätte ich zuerst untersuchen sollen Ich war sonst auch schon in der Stadt Logischerweise Ich musste noch den Stock weg Ja Dammit Ok Äh Dann Dann Gehe ich erstmal in die Nebelschlucht Ah ja Aber sich zu verlaufen ist der Albersch I guess Also ich muss gestehen ich finde Wenn man jetzt den Schwierigkeitsgrad wegguckt Hat das Spiel Wobei ich kann das Und Also ich wollte das mit Ori vergleichen Was mir aufgefallen ist Ja Irgendwie hinkt der Vergleich ein bisschen Weil Ori ist wesentlich einfacher Hat ein bisschen mehr Schwierigkeit Ähm Was das Klettern selbst angeht Das hatte mehr Mechaniken zum Klettern Von mir ist mal so Woh 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 Ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass man sich in dem Spiel einfacher verlaufen kann als bei Ori. Das war glaube ich das, worauf ich hinaus wollte. Na? Weiß ich nicht irgendwie schon mal. Ich dachte ein Dash reicht. Sollte eigentlich ja. Na ja fast. Jo, Hollow Knight hat mich viele schwere Plattformen gebietet. Das was du vorhin probiert hast, ist aber wahrscheinlich noch das schwierigste mit Ausnahme eines Gebiets am Ende des Spiels. Was hier auf dem Level von Super Meat Boy ist. Ja, ich hatte ein Problem mit Super Meat Boy. Autsch. Achso, ich muss da nur durchdreffen. Ich bin aber auch bei Super Meat Boy recht weit gekommen. Wobei ich auch nicht weiss, wo das Ende da ist. Dorn der Qual. Okay. Äh, falsch. Äh, spürt den Schmerz des Trägers und schlägt um sich. Ich lasse beim Leiden von Schadenungen geraten, für die ich begegne in der Nähe Schaden zu kriegen. Nett. Ich schätze mal einen Schadenspunkt. Okay. Wie heißt das Gebiet? Sonst? Ich weiss, also falls mich jetzt irgend einer fragte, wie weit ich bei Super Meat Boy gekommen bin, ich habe keine Antwort drauf. Aber es ist alles sehr format, finde ich. Genau wie die Bosse. Schon ein bisschen kniffig manchmal, aber mir ungefähr frustrieren oder so. Ja, also ich würde auch sagen, ich habe mich bei den Bossen eher dämlicher angestellt, als es sein muss. Im Sinne von, so, ja, da kommt gleich ein Angriff auf mich zu. Es ist definitiv ein Vertikalschlag. Wie wäre es, wenn ich reindasche? Oh, wer hätte das gedacht, dass er mich da trifft. So, so, in der Traumdämpfe macht es jetzt was. Hm. Ich dachte, die müsste ich jetzt One starten. Haben vielleicht drei Leben. Oder es wird anders gerechnet. Also, es kam mir vor, als ob das Spiel so rechnet, als würde man mit dem Anfangsschwert einen Schadenspunkt machen. Mit dem Upgrade zwei. Und dann kriegt man irgendwann mal drei Schaden. Da ging es auch so, hat ein bisschen gedauert, bis ich die Steuerung wirklich intuitiv drin hatte. Aber ich muss gestehen, nachdem ich Sekiro durchgespielt habe, fühle ich mich hier so ein bisschen fast wohl. So, ich kann 20 Minuten am Stück spielen, ohne drauf zu gehen. Oh. Moment. Moment. Noch nicht. Noch nicht. Stopp. Erst die Bank. Ah, warte. Hier. Hier müsste sie sein. Hier einmal rechts, ja. Damit ich nicht so viel laufen muss. so ich müsste jetzt diesen kleinen abschnitt aktualisiert haben will ich die ranken drin haben ja wobei auf angriff mehr seele kriegen ist wobei warte ganz kurz es ist mehr seele nicht überhaupt seele kriegen so weil die kriege ich so oder so das heißt ich kann dann das hier und das hier mitnehmen wenn ich schaden nehme kann ich dann ein bisschen na ja passiert ein bisschen mehr wobei ich weiß man sollte solche spiele spielen als würde man keinen schaden nehmen wollen hey sehr schön ach so und natürlich gefällt mir auch der zeichenstil richtig schwer wird das spielerste wenn es an den optionalen content geht fand ich persönlich aber ganz nett weil ich nicht so gut an solchen spielen bin und die hauptstorie dann ein guter instieg war oh man ich habe schon fast angst zu fragen was optionaler content ist wobei ich glaube das erfahre ich erst ein bisschen später so Ah, wusste ich, ich dachte, das waren jetzt das Spiel kam ja mit 3 DLCs raus, da gab man was dazu, was man nach der Obstoy machen kann. 112% Spielfortschutz. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich alle DLCs hab. Ups. Wobei ich glaube, es ist egal, die waren kostenlos und sind automatisch dabei. Ah! Das ist nett. So was ist ja heutzutage auch nicht mehr üblich. Outsch. Ähm, ja. Ja, sowas ist gemein. Bin ich zwischen dem Gegner und der Plattform hängen geblieben oder eingequetscht worden. Ach, die zählen nicht mal als Rapper für Seele. Na gut. Und sich auch nicht die Zeit mit dem zu verpacken haben. Ah! Ähm, okay. Wobei ich das beispielsweise bei Ori schon mal kundel fand, denn man das Spiel ähm, in der Anfangsversion wieder gekauft hat, da hast du 75% Rabatt gekriegt. Also jetzt einfach mal in der Diskussion mit DLCs. Ähm, kann man auch so spontan nicht erwarten. Aber, klar, komplett kostenlos so wie früher. Gibt's ja heutzutage echt nicht. Fast nicht mehr. Au! Ich dachte, ist das gut. Okay. Wow! Wow! Ach, ich hätte gar nicht auf dem Käfer rumreiten müssen. Und das alles für ein paar Münzen. Wobei, wait, nach links gibt's noch einen Weg. Ah! Wir sind wirklich sehr fern mit dem Preis. Hätte nichts dagegen für das Spiel zu... mehr zu sein als 15 Euro. Das bedeutet mehr Spaß und Spielstundengebracht als die meisten folgweisigen Spiele. Ähm, bin ich jetzt schon mit einverstanden. Ich glaub, ich hab's in nem Humble Bundle gekriegt. Ne, oder? Also entweder hab ich's im Angebot oder in nem Humble Bundle gekriegt. Als von beiden. Ich glaub, in so nem Wandfly. Also normalerweise müsste man wahrscheinlich krampfhaft irgendwie über diese Käfer drüber springen. Und... Ja, ich hab das Ganze sehr, sehr übersprungen. Und... Ja, ich hab das Ganze sehr, sehr übersprungen. Kann ja mal wie soll's probieren. Ich würd' sagen... Einfach so ein Unterfall. Ist ja. Ich hör'n komisches Geräusch. hallo da ich hab noch keine karte zu mord hier jetzt muss ich so einen scheiß durchziehen oder das ist ein anderer spiel was ist das für ein splitter ach eine masken ach so ich habe zwei maskenscherben aber ein gefäßteil gekriegt ich dachte ich habe zwei gefäßteile bisher gekriegt ein bleiches riesen erhebt anspruch auf die höhlen voraus obwohl sie einst unser grund am boden waren es scheint wohlwollend doch teilt es nicht unseren traum an diesem ort ist vorsicht geboten ok da ist irgendwie beschlossen hierüber komme ich da auch nicht da ist dann sonst wasser ja ich hätte drauf gehen können bei meiner dämlichkeit hätte ich echt drauf gehen können das kann ich mir vorstellen da oben gibt es dann noch einen weg den ich noch nicht umgeguckt aber ansonsten würde ich sagen gehen wir erstmal Richtung nebelschlucht eine sache erledige ich noch bevor ich zu nebelschlucht vier ich hab da den marker gesetzt die haben mich einmal geschlagen und dadurch sind wohl die dornen ausgelöst worden wäre cool wenn die dornen einfach runterfallen irgendwas habe ich falsch gemacht auch umgebungsgegenstände angreifen könnten und das mal dann so was wie wasser oder stacheln langsam töten könnte das wäre verdammt lustig auch irgendwie ist das nicht komisch geflogen unerwartet wo ist der Ah, ne, wo ist der Durchgang zu dem? Alles klar, aber da müsste ein Durchgang sein, ich war da schon mal, zwei Meter drüben. Ich wollte mal wieder mit ihm reden, ob er irgendwas meistert. Ah, den Weg mit den Leichen der Wesen. Hör nicht auf deine Knips, es gibt noch viele mehr zu finden, zu beordnen und zu töten. Keine Belohnungen? Nein? Schade. Muss ich wohl mehr machen. Ah, das waren die Kleinen. Hat mich gewundert, wieso die nicht explodieren. So, dann... Karte, Markierung, Entfernen. Sehr schön. Dann... Jetzt kann man Richtung Nebel weg. Nebel, 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 Nebel. Nebel, Nebel. Wait. Das deutet nur darauf hin, dass ich irgendwas hier oben übersehen habe. Wieso dreht er sich mir an? Ah, jetzt. Also, das ist klar. Hm. Wenn du fast ein paar Liga zu sparen vom Hunter bekommst du erst was, wenn das Journal komplett ist. Da... Das ist nett, danke. Ich hab sonst festgestellt hier die... Ich krieg was pro Wurm, den ich finde. Da gehe ich jedes Mal hin, wenn ich den Händlern was einkaufen möchte. Achso, das war absolut Glück, dass ich hier gerade so komisch runtergefallen bin. So... Wait. Wie kann ich weiter nach unten, wenn da Wasser ist? Naja. Okay. Ich wollte ausweichen, aber ich wusste nicht wohin. Okay, da unten ist Wasser, das wieder giftig ist. Gott dammit. Es kann um die Ecke fliehen. What the fuck? Und vor allem, wieso zieht das zwei ab? Das ist der gemeinste Teil. Okay. Ich... Ich... Ich wollte durchdashen. Also was heißt hier durchdashen? Ich bin dran vorbei das mit dem Aufladen und man verliert die Punkte. Und äh... Ah. Gäferstation. Gäferstation. Okay, man kann sie zumindest schlagen, solange die Blitze aktiv sind. Ich bin einem ausgewichen. Ich bin einem ausgewichen. Hm. Man muss unbedingt diesen kleinen Umweg nehmen. Was? Ah, da links ist was, aber da ist kein Schild. Und das sieht nicht sonderlich gesund aus. Lerne ich irgendwann zu schwimmen? Gut geraten. Ah, der mit ist zwar zu früh. Ah, der Hirsch geht aber da nach rechts. Dann gehen wir da doch erstmal hin. Da gibt's meistens Bänke. Ah, der Hirsch geht aber da nach rechts. Station der Königen. Station der Königen. Hm. Komm ich. Ah. Oh. Okay. Ah. Hostia. Hm. Hm. Ich wollte gerade sagen, das wird nicht gut ausgehen. Okay, bevor ich mich hier widme. Gehen wir doch einfach mal... ... dem Hirschkäfer nach. Ja. Der untraint hier ist. Hallo da. Ja. Gerne. So, dann rufe ich den doch mal her. Mal gucken was er zu dem Gebiet sagen kann. Hm. Ah, das hat freut mich. Die Station der Königin wurde wieder geöffnet. Dieser Ort war ein... ... geschäftiger Verkehrsknotenpunkt. Gut gelegen für Reisende, welche die äußeren Ränder des Landes besuchen wollten. Du bist ein wahrer Entdecker, diesen Ort zu finden. Okay. Okay. Ich bleib wohl vielleicht eher auf der rechten Seite dafür. Oh. Das war ein bisschen spät. Also fürs Platforming ist dieses Schaden nehmen und dafür Seele kriegen echt genial. Ach. Dass ich immer wieder von ganz unten anfangen muss, ist asozial. Okay. Was war das? Ganz hoch. Und dann direkt diagonal. Okay. Ah. Man braucht drei Maskenteile. Okay. Dann kann ich den dritten ja theoretisch kaufen. Wenn ich jetzt Bock hätte. Äh. Gab's den Hebel oder sowas? Ne. Oh. Au. Okay. Okay. Für das Gebiet habe ich aber schon meine Karte. Also das heißt, der müsste jetzt hier weg sein. Das sage ich ja. Sag ich ja. Ähm. Dann gibt's ja den Weg nach links. Unten. Da war aber irgendwas was mich gestört hat. Da war aber irgendwas was mich gestört hat, weswegen ich da nicht hingegangen bin. Ansonsten. Ich bin ja durch den. Durch den Nebelschlupf bin ich ja noch nicht durch. Was? Hallo du. Super. Oh du bist auf der Suche nach einem Leckerbissen. Ich bin auf einen einzigartigen kleinen Pilz gestoßen, der direkt über uns wächst. Ich habe ihn nur in dieser Station gefunden und es schmeckt himmlisch. Okay. Ich kann da nicht hoch springen. Also muss ich gucken. Vielleicht wachsen da mehrere oben drüber. Wahrscheinlich sollte ich den bringen oder so. Oder irgendjemand anders da schon irgendwas machen wollen. Ähm. Genau ich sehe gerade und im Mantisdorf kann man noch nach unten. Dafür brauche ich erstmal, was auch immer das Item ist, mit dem ich durch Böden durchbrechen kann. Zumindest wenn ich auf ihn drauf stehe. Gibt es denn überhaupt sowas? Ich will mich zumindest nicht wundern. Oh. Hallo du. Hallo Liebes. Ich wollte eigentlich gerade zu machen und gehen. Doch dann bist du aufgetaucht. Wenn du Interesse hast, biete ich dir gerne meine Dienste als Bäckerin an. Denn Geo zu verlieren ist schrecklich und es passiert... Nach Bankerin. Close enough. Und das passiert viel häufiger, wenn du es immer mit dir herumträgst. Mein Tresor ist da deutlich sicherer. Während meiner gesamten Karriere als Bankerin habe ich nicht ein Geo verloren. Ein Konto zu eröffnen. Okay. Ich eröffne ein Konto und dafür kann ich Geo einlegen. Ähm. Es rentiert sich nur, wenn es dann Items geben wird, die über 2000 kosten. Die Lampe habe ich ja schon. Ich kann ja trotzdem eins aufmachen und gucken, wieviel das mit einlegen und so weiter ist. Wenn das nächste Mal deine grausigen Bässe zum Aufer fällst, wirst du dankbar sein, dass dein Geo sicher ist in meinem Panzerier Tresor. Nun, lass uns Bankgeschäfte machen. 4.500 maximal. Ah. In 50er Schritten, okay. Ja, dann zahle ich mal alles ein. So. Abheben. Okay. Also. Soviel ich Bock habe ohne Kosten. Das ist gut. Gio. Kalala. Muss ich nur aufpassen. Also, was ist aufpassen? Muss ich mich nur daran immer wieder herzukommen, wenn ich mehr als ein bisschen habe. Ich dachte ich bin unter der Plattform sicher. Die nicht zu töten ist tatsächlich die bessere Entscheidung, aber ich muss die irgendwann mal töten für das Journal. Ey. Zielsuchende sind scheiß. So weit musste ich gehen um auszuweichen. Okay. Bisher ist das der einzige Ort, den ich sonst noch gesehen habe. so ja. Okay. Unter den Dornen durchschlüpfen ist nicht. Dann ist das nicht möglich. Noch nicht. Mal gucken was ich weiter oben übersehen habe. Ich nenne das einen Sieg. Ich muss einen weniger erledigen. Nein. Der Direktor Kontakt macht tatsächlich nur einen Schadenspunkt. Ich geh mal hin. Mich heulen. Dankeschön. Au. Okay, wenn der hochgeht, dann kann ich... Ah, schade. Ich dachte, wir wischen bei der Gleichzeit. Ja. Ja. Wäre cool, wenn das Licht da wäre. Ähm. Ja. Unfair. Okay. Irgendwie von einer anderen Seite. Okay. Ich meine, jetzt weiß ich wenigstens grob, wo er sich befindet. Ah. Ich wollte gerade sagen, da drüben war doch was. Was? Ich wollte nochmal hochspringen. Wieso? Ah. Diesmal klappt es. Okay. Ah. Na gut. Ein akzeptabler Verlust. Ah. Da nach oben gibt es noch was. Ah. Okay. Ah. Ich bin auf jeden Fall aus der Nebelschlucht damit raus. Na gut, also hier gibt es irgendwas interessantes. Über Buche der Hügel. Irgendein... Oh, okay. Ich nehme es. Ähm, ja... Oh! Shit! Uff... Weiter hoch, Heuer. Nein! Oh, goddammit. Das wird jetzt langsam peinlich. Okay. Wie? Gut korrigiert. Da sind schon wieder so ein Haufen Masken auf dem Boden. Ah! Deswegen fand ich da nicht durch. Und das bringt mir... Heulende Geister. Drücke kurz. B, während du hoch hältst, um die Geister zu entfessen. Okay. Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube... Ich werde hier mal solche Tempel mal besuchen. Tschüss, Stream! Mein Internetprovider ist schon wieder ein Arsch. Äh... Ah! Funktioniert auch im Sprung. Ah! Ich erinnere mich gerade an die Geschichte mit... dem... dem Mini-Skandal von Unity Media und Twitter. Und... da hat einer gesagt so... Ja, hey, ich würde gerne streamen. Aber Unity Media meint, dass ich heute keinen Upload habe. Und... da wollte... der Twitter-Support... ein bisschen flapsig sein. Und hat geantwortet... für deine drei Zuschauer. Ich dachte mir so, ja... Könnten ja mehr sein. Wenn nicht alle Zuschauer fliehen würden... wenn man mal Frames droppt. wo ich mal sehen. Okay... Der Gokong hatte sogar 3D. Siegel von Highlands Nest. Was ist das? Karte, Journal, das ist kein Talisman, ah hier, Siegel von Highlands Nest, ein offizielles Siegel des Königreichs von Highlands Nest, das der Autorität des Königs und seine Relikt aus der Vergangenheit von Highlands Nest besitzt, nur noch für diejenigen, die sich mit der Geschichte von Highlands Nest beschäftigen. Ein Relikt aus der ... Ah, ok. Dafür sind die ... ... Journale da. Ah, schade, ich habe gehofft, ich konnte alles überspringen. Zuerst wäre ich einfach in Ranken reingesprungen. Diesmal hat er es geklappt. Okay. Das wäre dann ... 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 Ich meine das Problem ist auch dadurch dass er so schnell ist habe ich auch ein bisschen Angst wann ich ihn zusätzlich noch treffen kann also ich meine okay ich kann hoch springen und von oben zu hauen das habe ich ja schon realisiert während er diesen Sprayangriff macht genau das kann man ihn ja nochmal hauen ouch ouch Au 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 Ja, bis auf diese Kotklumpen sind seine Bewegungen wirklich ziemlich berechenbar Ah, damn it Ah, oh man Ich bin nicht zufrieden mit mir selbst Wow, ich hab Ich hab Vollzeit zu früh losgelassen Ah, damn it Was, ich weiß nicht, was ich gerade versucht habe, ehrlich gesagt Okay Ein letzter Versuch noch, sonst muss ich mal den alternativen Weg suchen Und vielleicht dann mit einem weiteren Waffenabgrid dann erstmal herkommen Achso und immer noch Macht der Angriff nach oben mehr Schaden als der normale Seelenangriff oder ist es aber gleich Verdammt Verdammt Das ist ein Zauber nach oben Ja, ich meine Zauber nach oben Ah, damn it Ja, das sind meine einzigen beiden Zauber Deswegen habe ich bisher auch noch nicht so viel gezaubert Oh wow, er ist auf dieselbe Stelle nochmal gepatzt Oh Oh Okay Oh man Oh man Oh man Oh man Gut Ich komme hier später wieder Du hast so gut wie nie Zauber benutzt, okay Oh wait Mein Geist mit meinen 10 Milliarden Lebenspunkten 10 Milliarden Es wird nicht besser Es wird echt nicht besser Die sind halt schon sehr stark Wenn man es hin kriegt man es auch ein bisschen Ja das ist auch mein Gedanke Also ich habe den jetzt auch ein paar Mal mehr mit Zaubern getroffen Dachte ich als vorher Ich habe auch das Gefühl, dass sobald Der kurz vorm Tod ist Der häufiger hoch springt Und ich glaube da sollte ich mal gucken, dass ich ihn Dass ich da versuche möglichst kein Leben zu verlieren Und dann mich mit einem starken Zauber erwische Also mit dem nach oben beispielsweise возможно Oh fuck mal ansonsten gucken dass ich bei 4 leben bleibe ah der hat mich nicht mehr getroffen ach der mit der hat schon wieder auf dieselbe stelle gekocht ich wollte runter ich wollte wirklich runter ich dachte ich schlage ihn noch ein zweimal der ich die möglichkeit habe und dann gehe ich runter aber wieso eigentlich 4 leben und nicht 5 finde man kann Seele besser zum vollhelm benutzen als für Zauber naja ich der fünfte ist dann halt quasi ja gut ich kann nochmal ein Lebenspunkt erhöhen wenn ich voll bin und gerade kein Zauber wirken kann und ansonsten ich hab halt nur 5 Leben also es ist eigentlich wirklich eher so ja ich könnte mich dann nochmal heilen im Notfall so 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 Ah, dammit. Ah, dammit. Ah, dammit. Komm schon. Ich dachte wirklich, das wär's jetzt. Ich dachte wirklich, das war's 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 jetzt. Fuck. Yeah. Wo ist meine Belohnung? Oder war der Helm meine Belohnung? Ich bin kaputt. Mach irgendwas. Na gut. Aber da steht ja, dass es hier in einer Sackgasse endet. Ich weiß, wofür das ist. Ich war schon beim Schmied. Ich war schon beim Schmied. Wie lange habe ich jetzt für den gebraucht? Nur eine halbe oder über eine Stunde? Wobei ich sagen würde, ich würde empfehlen, hier erst herzukommen, wenn man noch einen Waffenupgrade hat. Ja, eine halbe. Ja, eine halbe. Okay. Ähm, wait. Ah, das ist richtig. Ich bin noch nie zurückgelaufen. Deswegen sah das für mich komisch aus. So, ich möchte Seelenfänger raus, Kompass rein und was war das andere? So, du bist jetzt ein Waffenupgrade, wo du kommst. Achso, da haben wir ein Wied raus. Und sie haben den Reihenzogen. Guten Abend, Muri. Schönen Abend wünsche ich dir. Schönen Abend wünsche ich dir. ok dann gucken wir mal was ist ich weiß nicht ob ich noch weiter nach unten möchte ehrlich gesagt ich glaube das möchte ich irgendwann später geht es dir ganz gut hast gerade einen recht fadmäckigen boss verpasst um zufriedener stellen da war es ihm zu erledigen wie geht es dir so mal ok kurz übersicht was hier oben ist wieso wirst du jetzt wach so lange geschlafen das was anderes vorgefahren ok 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 das finde ich gemein wieso konnte ich mich nicht noch weiter hoch prügeln oh da ist eine sackgasse ok also das heißt das lohnt sich wieder ich habe mir einfach das entschieden in der Zugang manchmal gibt es solche sonntage da ist sowas ganz nett musste mein geist nicht herkommen ok 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 das war nett dass da noch einer respawn ist ok 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 ich muss aufpassen wegen dem leben ich glaube ich habe mich herum meiner cutterm zu gut heute darf man mich ernst ganz nah wenn ich die auf zu schlagen und ich hab das bloß lieber gegeben. Äh, ja. Ja, ich weiß. Ich hatte nur vorhin das Problem, dass als ich das gemacht hab, bin ich in dem Wurm hängen geblieben und ich hab ihm die ganze Zeit Schaden gemacht. Aber ich glaub, das hast du wie jedenfalls sonst gesehen. So. Eine Tür mit einem Spalt. War das hier nicht für einen Schlüssel oder sowas? Ah. Okay. Das heißt, hier komm ich gar nicht weiter. Oh. Äh, ne. Nicht nach. Da. Einmal heilen. Einmal Seele voll machen. Okay, dieser Wurmbereich ist einfach nur nach. Ich bin froh, wenn er zu Ende ist. Ja. Da würde ich irgendwann mal wieder herkommen. Mit mehr Leben. Mehr Seele. hier. Und das aufräumen. Ja. Ja. aufräumen. So. Aber das hier. Will ich schaffen. Ich dachte, ich krieg den noch eingeholt und bin stattdessen ein bisschen Panis gewonnen. Warte bis der hier ankommt. Und dann etwa jetzt. Okay. Ja. So. So. Na. Spring doch. Und wieder heilen. So. Solange ich dort nicht draufgehe, ist alles in Ordnung. Draufgehen wäre kacke. Ah. Wusste gar nicht, dass ich auch noch was auftauchen kann. Ja. Das kann sein, dass sich mit den Dornen einmal in der Luft hängen bleibt, es stirbt, um mich quasi frei zu begegnen. Ah, ja genau, dass ich versögerne auf diese Reaktion, das ist auch möglich. Okay, das war feindlich. Wow, 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 der ist jetzt wirklich feindlich. Ja, ja, ich habe es gesehen. Gut, das heißt, ich gehe mich einmal heilen, nehme die Dornen raus, damit ich das nicht mehr ertragen muss. Dann komme ich vielleicht ein bisschen besser durch. Ups. Ah, bevor hier irgendetwas aus dem Boot rauskommt und mich da noch tötet. So wie das Ding. Ich weiß, dass dahinter irgendwas Gutes sein muss. Ach, ich wollte die Dornen rausnehmen. Ich glaube, ich habe meinen Geldmagneten nicht mehr drin. Ich glaube, den hatte ich stattdessen. So. So. Ja. Dann raus. Wobei, ich könnte dann Seelenfänger und... dann nach Hause gehen die Zwiebeln rausnehmen. Ja, ne, wir müssen dem wieder rein. Ah, so. Viertel nach Haft. 4.25 nach 9 Uhr Schönen Morgen haben wir auch noch Feiertag Dann ist es bei uns Oh Muss ich irgendwie vorsichtig drüber dashen oder so Oh Aber der Geist müsste eigentlich weiter links jetzt auftauchen Wow Was macht denn der hier Was für ein Wurm Ne der Geist ist wirklich drüben Ne Naja Ah, Schustach. Ja. Sieht so aus, als ob das so eine Bank ist. Der hat mich zurückgeschleudert. Ja. Und zurück. Das Gebiet. Junge, Junge, das Gebiet. Muss ich hier kurz aufpassen, weil hier würde jetzt einen auftauchen. Genau. Das kann sein, dass man auch den von rechts hierher locken könnte. Sag ich doch. Man kann direkt an der Bank sterben. Also ich wollte das jetzt mal zum testen haben. Womit das Gebiet 110% das asozialste Gebiet ist. Ich möchte einfach meine Ruhe und hier diese Melodie genießen. Nope. Fuck you. Ah. Ja. Ja, ich hab mir falsch genaufgedrückt. Ich war irgendwie nicht drauf vorbereitet, was ich als nächstes machen soll. Was? Bei Nosk hätte ich mir definitiv empfohlen, ihn jetzt zu machen, wegen des Erzes. Aber wenn dieser Part hier zu frustrieren ist, könntest du ihn auch einfach später machen. Die Blume ist nicht so wichtig und da durchzukommen wird deutlich einfacher als später. Okay, ich probier's halt noch einmal. Wow. Mit einem Moment, ich bestimmt, dass ich dich nicht hochheile nochmal. Weil das war ja erbärmlich, was ich da versucht hab. Weil mein Problem ist, ich bin moralisch momentan einfach in der Krise. Weil ich ja anschließend... Ja gut, okay, ich muss eigentlich nur einmal runter. Und dann gucken, was da ist. Weil ansonsten müsste ich halt hochklettern. Hochklettern, ne? Ich bin moralisch da so ein bisschen... Aber das mit runter, das kann ich immer jetzt das nächstes Mal machen. Ich glaub, dann wäre da sogar die Zeit dafür dauernd dadurch zu sprechen. So, okay. So, okay. Ja. Genau das. Ich... Ich wollte mich erst heilen und dann gegen ihn kämpfen. Ich bin ein zweiter aufsaufen. Danke. Ah. Ich weiß nicht, wieso ich das wieder gemacht hab. Man kann mit einem normalen Sprung rüberkommen oder man stößt sich leicht ab und dann macht man einen Dash. Aber nicht... Man geht da hin und... Ja. Ich stand da kurz. Ich wollte es nur angemerkt haben. Na komm, ich hab noch drei Lebenspunkte. Okay, ich versuch's dann irgendwann anders. Einmal heilen und dann runter. Wahrscheinlich der einzige Pixel dort, auf dem man stehen kann. Ja. Wobei ich teilweise getötet... Also, den Schaden nehme, während ich noch nicht einmal in dem Bereich stehe. Aber, ja. Ich fand's trotzdem faszinierend, dass ich da kurz gestanden bin. Schaden hab ich aber nicht vorher kurz genommen, oder? 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 Also, ich wäre das typisch für kurz. Ja. Ok. Ok. Und so. das kann ich immer noch nicht entfernen um 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 Ich komme hier nicht weiter. Das heißt wirklich, dass ich hoch muss. Hey, wer weiß, wenn wir uns noch mal eine Stunde in dem neuen Gebiet bemühen und darüber reden, was gute Spieler waren in den letzten Jahrzehnten. Da seitlich komme ich auch nicht weiter. Äh, äh, ist okay. Ich weiß nicht, ich bin ehrlich gesagt wenig motiviert den Weg hoch durchzuführen. Was? Wieso? Er war doch schon drauf. Er war doch schon drauf. Ich werde so oder so wieder hoch müssen, das ist wohl wahr. Kann ich nicht hier nach oben chargen. Okay, also es gibt diesen Weg links, es gibt da so einen Zwischenweg. Ich werde so oder so noch mal herkommen müssen, merke ich gerade. Egal wie ich das drehe. Weil ich muss durch dieses, durch das da und dann muss ich das da auch noch irgendwie auskunft schaffen. Das heißt, das ist jetzt nicht so dramatisch. Spur. Na gut, dann nicht. Na gut, dann nicht. Was? Was? War das? Was? War das? Romer. Okay, bitte sag mir einfach, dass hier noch irgendwo ein scheiss Hirschkäfer rumdammelt. hey ok also dann ja das fand ich grad irgendwie nicht so cool achja ja dann geh ich erstmal nochmal nach unten ja oh ok ok dann achso stimmt aber das hier kann ich das hier vielleicht doch noch untersuchen auch wenn ich echt bock habe die ganzen spinnen auf meinem monitor zu sehen so das war ne Sackgasse ah oh oh wieso ist er nochmal nach rechts gedriftet ah kann sein dass ich vielleicht noch mal rechts gedrift habe ohne es zu merken wow wow oh 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 ja ich kann einfach an ihm vorbei das ist gut zu wissen den merken wir uns eben für den gegner ah ne doch nicht ok das ist jetzt aber nicht auf einer bank oder ne der hat nichts mit einer bank zu tun ich bekämpfe ihn ein bisschen später der hat noch zeit kommt zurück hey machen wir das spiel knuffig und putzig aber bauen wir ein areal rein das so groß ist wie die gesamte restliche karte dunkel und unübersichtlich ist dunkel und unübersichtlich ist wobei der man sich fragt oh mein gott wer ist so ein sadist der nein ich wollte mich heilen heilen Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Can I still- Ich weiß nicht, was das bewirkt hat, aber vielleicht was Gutes. Ah, das sieht genau so aus wie das hier. Oder ähnlich. Okay. Ich meine, ist das irgendwie so eine Pflichtvorgabe für jedes Spiel so ein dunkles Areal zu haben, das so dunkel ist, dass du dich fragst, wo stehe ich gerade? Funktionieren Spiele oder sowas nicht? Okay. Wenn ich da oben bin, dann kann ich auch direkt die Bank da rechts nehmen. Wow. Ich bin anderer Meinung. Genau. Oh, ich darf nicht unterbrechen damit, wenn ich sowas mache. Okay. Deine Panzer aktiviert sich wirklich nicht. Dass das Ganze nur noch verwirrender macht. Oder noch einzelne Reifen läuft oder? Okay. Ah, da war ich. Gab's nichts Besonderes. Okay. Oh, wait. Stimmt. Okay. Ich hab ja... Ich soll die ganze Zeit jetzt sagen, ja, ich fülle eigentlich noch mehr Seele auf, aber... ich hab ja hier mit ein bisschen weniger Leben kommt. Deswegen hab ich gedacht, das ist gar nicht voll. Ich glaube, hier mit ein bisschen weniger Leben kommt, ne? Ich schaufe nur nicht gut. Was macht das für komische Geräusche? Was macht das für komische Geräusche? Dieses gesamte Gebiet wimmelt nur so von tödlichem Getier, das Beiß brennt und kratzt, ich wollte meine Stärke an ihn erproben, jetzt hat mich der Mut verlassen und ich fühle mich nur noch müde und geschwächt, ich habe einen Zwischenstopp geschafft. Wann bin ich hier? Achso, das war im Gebiet unter mir, ich bin da kurz reingegangen, dann bin ich wieder raus. Ah, dabei war hier eine Bank. Dämliches Getier. Okay, irgendwo hat mein Charakter anscheinend einen Kokon gefunden. Ah, hallo da. Ähm, ich nehme dich mal mit für den Moment. Wait, wieso ist das schon wieder geschlossen? Wait, was heißt das schon wieder? Ist das? Das war ja nie offen. Okay. Sind die Magier resistent? So ein bisschen? Ah, jetzt habe ich das hier freigeschaltet. Ja gut, ich meine, verkürzt mein Weg nicht wirklich. Ich bin dann hier mit mir direkt oben. Hm. Ich denke, kann mich nicht mehr verletzen. Ich denke, das kann man nicht mehr hören. Ich bin schnell hier auf. So ein paar Pfeil. Ich bin einiger Aufmerksam. Ich bin einiger Aufmerksam. klingt das so wenn es so viele ausgespuckt hat dass es keine weitere nacht produzieren kann da drin ist etwas eine bahnkarte bitte alle einsteigen oder wie war das ich habe ein nice gekriegt ich weiß noch nicht was ich damit machen soll außer ich komme da jetzt hier jetzt weg das ist tatsächlich eine möglichkeit ok bahnfahren liegt nahe hätte ich nicht einfach schwarz fahren können ok es gibt jetzt zwei drei wege das eine das eine ist unter der bank das eine ist unten links und das dritte ist der boss links unten und ich glaube ich würde mich erstmal mit dem boss anlegen weil ich eh die bank habe mit der ich nur zweimal runterspringen muss um zu ihm hinzukommen ich glaube da war suizidgefährdet so ich hole mir mal das extra leben gegen interessanter kokon wurde aber nicht eingetragen also dieser kokon so nicht dass ich hier oben noch irgendwas vergessen habe aber nee ich glaube hier war sonst nichts so der körper eines gefallenen fliegers das macht es für mich nur so verwirrende müsste dann hier nicht irgendwas anderes großes auftauchen und mich in stücke reißen oder so oder muss ich erstmal das gesamte licht hier ausmachen ok den spoiler nehme ich mir gerne kann ich habe ich in diesem raum irgendwie einen kampf vor mir irgendwann oder kann ich ihn irgendwie aktivieren ein einfaches ja oder naja das ist schon richtig aber du hast noch nicht was es braucht um gegen ihn zu kämpfen ok das heißt das lässt sich später hier etwas aktivieren aber ich habe das doch nicht oder vielleicht nicht gegen ihn aber gegen etwas hier ok gut dann wo ist meine karte einmal einen marker damit ich mich erinnere au wow ich wurde so stark gehauen dass ich ins nachbargebiet wieder zurück geflogen bin ok ok ach ja ja gut Gut, dann gehen wir hier mal nach unten. Du bist ja immer noch hier. Immer noch dasselbe Text. Ich frag mich, wie viele kaputte, äh, wie viele zerstörbare Wände ich mittlerweile verpasst hab. Ha, gefunden. Stimmt, ich bin hier reingekommen und es hat sich nichts bewegt und ich konnte nirgendswohin. Das war's. Okay. Ich schätze, das eine wird eine Abkürzung für was anderes freischalten. Also der eine liegt nach unten. Ich wollte gerade sagen, das klingt so, als ob da noch eine ist. Mann, die sind ziemlich zielstrebig. Die Kinder. Oh, du, ich kenn' ich. Oh, nein. Oh, nein. Wie wärst denn du hergekommen? Hey, was warst du da? Du unbeholfener kleiner Terpel. Deinen rostigen kleinen Nagel in der Dunkelheit herumschwingen. Du hättest mich fast getroffen. Das wäre dein Ende gewesen. Vertraue mir. Ich bin Sota, der Mächtige. Ein Ritter vom großen Buch. Meine Waffe Lebensender hat schon hunderte von Gegnern hinterlegt. Verschwinde sonst bist du der Nächste. Nein, ich bin Sota. Okay. Natürlich ist sein Gedächtnis so toll, dass er den Weg selbst allein findet. Oh. Hallo, der Königsidol. Ah, noch so ein Sammelding. Au. Okay. Also ich hab' mich gehört, es wird keine Abkürzung für was anderes geben, aber das sind zwei unterschiedliche Wege, die zum selben Ziel führen. Okay. Uff. Mir ist das jetzt aufgefallen, wie knapp das ist. So. Genau. Das ist der Weg dann hier hin. Autsch. Wäre eigentlich cool, wenn dir so viele Gegner von einem Typ im Spiel eingebaut hätten, dass wenn du einmal durchläufst, du sofort die Jägerkarte voll kriegst. Okay. Ich glaub' damit war das, das ist das Gebiet. Ich höre dich. Ich höre dich. Ich höre dich. Au. Weil meistens ist es auch so, musst du zumindest am Ende nur ein paar wenige gezielt fahren. Oh. Nein! Ich wollte rüber chargen. Ich mag die Dinger. Ich find' sie putzig. So. Das tolle ist, man kann an denen, an den Würmern tatsächlich auch wissen, wie weit man im Endgame ist. Oder wie fortgeschritten man im Spiel ist. Okay. Es gibt auf jeden Fall jetzt hier einen Durchgang, den ich aber wahrscheinlich nicht mehr benötigen werde. So, und hier kennen wir es doch schon wieder aus. Hallo, du! Hallo, hallo! Was für Nervenkätzchen hier mitten in der Höhle der Bestien, eine solch warme Behaglichkeit zu finden. Ist es weiflos ein wilder Ort? Angeblich gibt es ja tief unten im Bau ein Dorf. Seine Bewohner haben den König von Heilandsnest nie anerkannt. Okay. Also, ich hab' jetzt die Möglichkeit nach links. Oder mit dem Zug raus. Und ich glaube, es steht nicht lange zurück, wir machen was passieren, was ich machen werde. Am Ende kann ich mit dem Zug nur da hin, wo ich bereits war. Also, wo ich sonst so die Fahrkarte irgendwie eingesteckt habe. Ähm, achja. Das sind wir nicht. Das sind wir dann mal einigen, ein paar Minuten. Was ich dann vergessen, wenn ich nicht zu Hause in einem Moment kam? Also? Oh, da ist das. Ja, das ist sowas. Ein Höhle. Und ich weiß. Das war richtig Genau, den habe ich genossen Und dann muss ich Ah Ja Ok, hab's Nach einiges an Verwirrung habe ich's So, ich hoffe das ist eine BahnCard 100 Wo bin ich? Ich mag diesen Du hast auch eine komplette Karte mit deinen Gebieten im Eventar Ja gut Stimmt Damit weiß ich, dass ich in der Hölle oder so bin Ah Ja Die Tatsache, dass ich mehr als vier Angriffe gebraucht habe, sagt mir Nope 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 Das scheint eine Bahnkartner zu sein. Dann fahren wir doch mal in diese Richtung weiter. Okay, wir sind am anderen Ändern gekommen. Das hilft nicht. Andere Richtung anscheinend. Könnte man da nicht einfach auf normale Stacheln hinhängen? Ich habe einen Geheimgang gefunden. Ja, das sieht nach einem Bienennest aus. Das war's. Das ist irgendwie gemein. Ich brauche irgendwas um nach oben zu kommen. Okay. Weil ich muss dann doch durch dieses. Aber vergiss nicht, dass du auch noch dein Herz hast. Nee, ich habe es nicht vergessen. Keine Sorge. Komm her. Das ist eine verdammt fette Fliege. So viel eben hatte die ja nicht. Und so viel Geld gibt es hier auch nicht. Autsch. Ähm. Irgendwas ist schief gelaufen mit meinen Tasten hinten. Okay. Okay. Ich gestehe einfach ein, dass ich da gerade nicht hinkomme. Es ist nicht wichtig. Und ich gehe nach Hause. Also. Die Sache ist die. Ich habe halt noch eine weitere Bahn gefunden. Und ich habe gehofft, dass ich bei der rauskomme. Aber es scheint anscheinend eine andere Linie zu sein. Aber die großen Fliegen sind irgendwie ziemlich harmlos. Die verbrauchen halt nur Platz. Ah. 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 Die Bienen sind ja voll am Headbang hier. Ah. 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 Guck mal. Voll die Headbang mit den Bienen. Ah. Achso. War ich hier drin? Achso. Ja. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass ich gelandet bin. Ich weiß nicht, ob ich einen Super Sergeant werden werde. So. Uh. Ein Ausgang? Ah, jetzt habe ich es aufgebraucht. Geld. Oh, das ist ein Ausgang. Ich habe das Gefühl, dass ich bei den Bienen halbwegs, also nach der Stadt recht früh hätte herkommen können. Oh. Der ist tot. Ah. Das ist eine dämliche Fliege. Du brauchst zu viel Platz. Da bist du. Es ist nicht ein gemütliches Loch. Ich habe mich in die Wildnis da draußen vorgewagt und hatte mir eine Pause wieder ganz, ganz angebracht. Die Landstadt ist recht friedvoll auf dieser Seite der Stadt, aber die Bewohner sind genauso wild wie überall. Ja. Ja. Ah. Okay, ich bin in dem Gebiet, in dem ich in die Stadt der Tränen kommen kann. Ja. Ja. Man konnte ja doch drauf landen. ja. Aber von was sind die gestorben? Ich meine, hier sind nur Fliegen. Okay. Das ist ein Kamikaze-Bomber. Ja. Ja. Ich glaube, die Kette ist eine Illusion. Oh boy. Ich bin in der Stadt angekommen, aber sagen wir es mal so, ganz woanders. Ähm. Es sind Türen. Okay. Ich habe Türen gefunden. Oh. By the way, zweimal tippen auf dem Map-Button, öffnet sich eine Karte von allen Gebieten. Ah. Ah. Das ist doch etwas, das man gerne weiß. Hätte das Spiel ruhig sagen können. Dankeschön. Autsch. Oh. Seit wann habe ich schwimmen gelernt? Oh. Ja. Während ich schwimme, kann ich aber nicht angreifen. Nein. Nicht meine Bank. Ich brauche meine Bank. Okay. Ich darf echt nicht sterben. Wait. Da steht. Zum Hirschkäfer. Oh. Das war eine Station. Ich erkenne es. Aber sie wurde zerstört. Nehmen wir noch ein gutes Stück. Das ist eine Bank, ein Ausgang, hey, wenn ihr Dark Souls gespielt habt, zum ersten, zum aller, aller ersten Mal und ihr seid in die Kanalisation gegangen, also die netten beim ersten Teil und da seid ihr in die Kanalisation gegangen, da seid ihr in diesem Lagerfeuer und ihr geht raus oder habt ihr die Wahl zwischen Schleim und Ratten und diese Dinger die verfluchen oder dann denkst du dir, oh shit, wie komme ich hier raus und dann stellst du fest, du kommst nicht mehr hoch, weil du keine Ahnung vom Labyrinth hast und du stirbst jedes Mal und dann bist du am besten noch verflucht und dann gehst du weiter und dann stellst du fest, da ist ein scheiß Boss und dann bekämpfst du diesen Boss und dann bist du immer noch verflucht, aber der Boss ist ja einfach, das war ja hier der Vagina Dracht, ja, jedenfalls und dann und dann denkst du so, hey, aber dann hat der Albtraum ein Ende und dann geht's weiter und dann kommst du dieses Sumpfgebiet und, aber bevor du in dieses Sumpfgebiet kommst, hast du ja diese ganzen Etappen mit diesen komischen Attentätern und Toten und dann, ach, ich hab vergessen wie das Gebiet heißt, jedenfalls kommst du endlich raus bis dem Sumpf, kletterst hoch und dann siehst du wieder oben raus gekommen bist und denkst, ja, fuck, ja. Und genau so fühlt es sich gerade an. Diese Karte, die du trägst, ist hier nicht für diese abscheuliche Maschine die Bahn. Ich hoffe, du bleibst dich nicht, diesen grotesken Apparat zu besteigen. Allein der Gedanke daran, eine bloße Maschine könnte versuchen zu tun, was für Hirschkäfer tun, nährisch, sehr nährisch. Wir stehen hier in der Station des Königs, selbstverständlich benannt nach dem König von Heilandsnest, der im Bau des Hirschkäferweges und die Institution angeordnet hatte. Der König berät nie selbst die Hirschkäferwege, aber ich hörte, er sei ein herrlicher Käfer gewesen. Der Land ist so hell und strahlend, dass es schmerzt, ihn anzusehen. Okay. Gut. Also. Als allererstes geht es nach oben. Mich ärgert es gerade, dass ich mich ums Verrecken nicht an das Gebiet bei Dark Souls erinnern kann. Tja, schade, die will wieder immer noch nicht mit mir reden. Ist zu nervös. Der Weiße Ritter in der Dunkelheit Albträume suchten, die meinte, der Retter war weg von Montagor verschwunden. Achso, warte. Ah, doch, das ist Neutext. Dann ist bloß ja die Stille. Wieso? Eine Präsenz, eine Gestalt direkte. Sie wagt es nicht zu sehen oder sich zu bewegen. Aus Angst. Die kleinste Bewegung könnte den Zauber aufheben. Sie kannte die Gestalt an ihrem Bett. Sie kannte die Ruhe, die nur sie bringen könnte. Der Weiße Ritter, ganz ihrem Schutz gewidmet, stand daneben. Stark. Perfekt. Mehr Text? Nein. So. Bahnadel. Bahnnadel. Diese Bahnen klingen sehr vollständig. Äh, ja. Gib mal mit. Dann nehme ich noch die Markierungen, weil ich möchte drei unterschiedliche Arten haben. Eins mit. Ich habe, ich weiß, dass ich später irgendwie hier was machen kann. Eins für die Würmer und eins für sonst irgendwas. Okay. Ähm, ja. Tja. Das wäre das eine und das nächste ist... Das sieht auch aus, als ob ich drei Gefährsteile brauche. Okay. Dann kaufen wir jetzt mal diesen eleganten Schlüssel. Okay. Der ist einmalig. Okay. Oh! Yolo no. To go bis. Viele kamen mit der Hoffnung, die haben das Güven gleich wieder ihre Wünsche erfahren. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob der Käfer Fick oder Fett sein soll. Das ist eine legitime Frage. Okay. Ähm. Also. Gehen wir doch mal dahin, wo die Markierung ist. Dann habe ich da eine Bahn, die ich bereisen kann. Dann kann ich da immer noch irgendwas machen. Nächsten Weg nach links. Kurz vor Tiefen ist. Was nicht eingezeichnet ist. Okay. So. Was haben wir sonst noch? Da habe ich noch einen Wurm, an den ich bisher nicht angekommen bin. Kann wir doch... Da haben wir dann, dass ich den... Das ist nur das Haus mit den Moosprofiten. Okay. Warte. War der... Ne, der Moosprofit war nicht da oben. Da war der Pilz hier oben. Ah, richtig. Ich habe ja den Kartografen an der Stelle nicht gefunden. Richtig. Das ist ja der Nebelschlund. So. Also. Befreien wir den Wurm und dann machen wir den Tempel. Und ich glaube, ich hatte noch irgendwo einen Tempel, den ich bisher noch nicht gemacht habe. Aus recht unerklärlichen Hürden. Ich muss mich angewöhnen, in der Zukunft den Dinger sofort reinzugehen. Genau. Einmal runter. Warte. Bis nach ganz unten schon richtig? Äh. Nochmal tiefer. Eigentlich war das dämlich merklich gerade. Wobei. Okay. Ja, doch. Es war dämlich. Ah. Mal gespannt, wo... Okay. Ach. Lass dich überraschen. Ah. Das ist kein Wurm. Das ist hier... Ich habe es geschafft, keinen Schaden zu nehmen. Ich wollte gerade sagen, das sieht nach einer Maske aus. Ja. Das heißt, ich hätte... Drei Stücke auch ohne Einkauf machen können. Gut. Äh. Ich habe hier doch etwas wichtiges vergessen. Deswegen muss ich das nachholen. Hey. Wieso lande ich hier? Ist ja blöd. Okay. Okay. Stimmt, aber das... Das heißt, jedes Mal, wenn man das Spiel durchspielt, ist es quasi ein anderes Erlebnis. Also, wenn es jemand anders durchspielt. Weil es ist wesentlich weniger vorgegeben als bei anderen Spielen. So. Ähm. Genau. So. Soll ich von der Station des Königs aus da hin? Oder soll ich erst mal das machen? Ich mache erst mal das und dann gehe ich über die Station des Königs zum Schmieden. Schau, dass es kein Schnellreisen zum Schmied gibt. Es ist so schwierig. Und dann schaue ich hin. So. 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 Hier lang Au Verträgt immer noch 2 Schläge Feinlich, ich dachte der Verträgt vom Gegner einen Schlag Aber nein So Tempel des schwarzen Eis, ja da ist dieses Ding Ich dachte ich muss hierher Hm Komisch Na gut, das heißt wenn ich das nicht machen kann, dann gibt es nur noch eins was ich tun kann Also ein bisschen mehr, aber eine Wicht Was die Priorität angeht Die 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 Wuhu Give me money! Give me stuff! Noch ein ränziges Ei. Okay, Dankeschön. Schade, dass ich da noch nicht hin kann. Welcher Weg ist der schnellste da hin? Ist eigentlich egal. Hauptsache seitlich. Ich muss da hin. Ich möchte erstmal zur Medaillon Verkäuferin. Und mir einen neuen Sockel holen. Oh, weißt du, das kann auch. Nach rechts. Runter rechts. Runter rechts. Du? Ah. Ja. Passt. Genau. Du. So, du hast noch. Doch. Einen Teil ist mein Sockel. Kannst du mir jetzt geben. Sehr schön. Dann. An einem helfen können sie sich zu fokussieren. Okay, damit heile ich mich dann wahrscheinlich schneller. Ich brauche noch zwei weitere. Okay. Schamanenstein, bisschen Zauberer. Das macht Zauber stärker. Damit bleibe ich auf der Stelle. Damit habe ich ein größeres. Und das verbessert meine körperliche Verfassung. Wahrscheinlich ergibt mir das ein weiteres Leben. Okay. Mehr Reichweite klingt gut. Wie viel kostet das? 500. Ah. Wobei. 320. Und 500. Ja. Das ist doch das, was ich haben brauche. Gut. Oh Gott. Das habe ich dann auch erledigt. Ähm. Jetzt habe ich die Weißwischenstalter erreden. Und ich könnte zumindest mal nachgucken, wo der Zug hinfährt. Aber ich glaube, das wird keine so gute Idee sein. Ich glaube, wo auch immer ich rauskomme, es wird lustig. Ja, ich möchte auf den leuchtenden Knopf drücken. Okay. Ich bin buchstäblich drei Meter weiter gefahren und das ist alles. Da vorne ist sonst direkt ein Pferplatz. Verflucht seien die, die sich dem König entgegenstellen. Ja. Ja. Um das Gefäß zu schützen schlafen die Träumer. Monomon, die Gelehrte in ihrem Archiv umgeben von Dunst und Nebel. Lurien der Wächter in seiner Warte die Stadt überblickend. Ära die Bestie in ihrem Bau inmitten der tiefen Dunkelheit jenseits des Königreichs. Dank ihrer Hingabe trotzt Heilandsnest der Ewigkeit. Standorte der Träumer zur Karte hinzugefügt. Geh nicht weiter, kleiner Schatten. Was zwingt es, die Dunkelheit zu verlassen? Was führt es dazu, in dieses Heilige Königreich zurückzukehren? Ein Ruf von jenseits Siegel, vom Gefäß oder diesem Gefangenen Licht. Würden die Siegel brechen, sie können nicht geöffnet werden. Aber das Gefäß wird schwächer, die Seuche verbreitet sich aufs Neue. Sie müssen geöffnet werden. Doch unsere Siegel halten. Unsere Pflicht besteht. Es muss verbannt werden. Unsere Pflicht besteht. Es möge geschehen. Ich bin blind. Ich bin blind. Verblasse, kleiner Schatten. Verblasse und lasse uns in Ruhe schlafen. Ich habe das Gefühl... Wo bin ich? Ich bin jenseits von allem. Ich bin blind. Kann ich echte Medien? Ich bin blind. Oh Mann. In nächster Jahr Traumwelt. Nein, die Plattformen sind echt klein. Was für ein schreckliches Schicksal sie dir auferlegt haben. Dich in diesem Raum zwischen Körper und Seele zu werfen. Wirst du ihr Urteil annehmen und langsam dahin schwinden? Oder wirst du die Waffe vor dir an dich nehmen und dir deinen Weg aus diesem traurigen vergessenen Traum bahnen? Ich scheine ja nicht viel Wahl zu haben. Okay ich werde die Waffe nehmen. Ich hoffe Frasco du bist noch da. Habe ich die Möglichkeit irgendeinen Einfluss hier im Spiel anders zu machen. Also irgendwie, keine Ahnung, wirklich nach links laufen und dann explodiert irgendwas oder sowas. Ich werde jetzt trotzdem die Waffe nehmen, egal was man mir jetzt sagt. Ja, wie gesagt, ich nehme sie, ich möchte wirklich... Achso, das heißt, ich habe keine Entscheidungsfreiheit. Das heißt, ich muss letztendlich die Waffe nehmen. Ich kann hier rumlaufen und so weiter und so fort, aber am Ende lohnt es trotzdem Waffe nehmen. Also wie gesagt, ich bin nur neugierig. Ich werde jetzt... Also ich nehme sie jetzt so und jetzt kannst du mir alles erzählen, was über dieses Gebiet stattfindet. Was die Alternativen wären. Ja, du verbaust dir nichts. Das sagt mir nichts. Das klingt nicht nach, du könntest nach links laufen und dann würde da was anderes passieren. Um einen Hieb mit dem Nagel aufzuladen und auszuführen. Zu schneiden in den Schleiß zwischen Traum und Erwachen. Das ist wirklich egal, du kriegst von dort nur die Waffe und du brauchst die. Okay. Dann bist du, die Seherin. Du bist zurückgekehrt, willkommen zurück in der Wachenwelt. Diese Gestalten, diese Träume, sie haben dich mit dem bisschen Kraft, das sie noch behält, in diesen verborgenen Ort gezogen. Aber dieses Artefakt, das du jetzt siehst, der Traumnagel, der kann den Schleier zerschneiden, der die wache Welt von unseren Träumen trennt. Nicht einmal die Träumer selbst können sich vor solch einer Wache verstecken. Ich muss jedoch zugeben, dass dieser heilige Klinge mit der Zeit stumpf geworden ist. Gemeinsam können wir ihre Kraft vielleicht wiederherstellen. Du musst mir nur Essenz bringen. Essenz, die kostbaren Fragmente des Lichts, aus dem Träumen gemacht sind. Sammle sie, wo immer du sie finden kannst, und bring sie zu mir. Wenn wir genug haben, können wir gemeinsam Wunder vollbringen. Geh hinaus in die Welt, träge. Jage nach der Essenz, die sich dort verbirgt. Sammle 100 Essenz und geh jetzt wieder zurück. Ich werde dich mehr lernen. Okay, also mindestens ein Zauber lerne ich noch. Okay. Okay. Wait, ich habe so ein paar von den Bäumen gesehen. Oh Gott. Wie halten die Speedrunner sowas aus? Ja. Man, das ist absolut Anti-Speedrunner-freundlich. Wie ist es? 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 Das ist eigentlich immer noch so sehr. Im armored fang auf dieeras Seite. Sie können uns das besser Macken. Ich bin der Bewegung für die Zehnein und den Angriff Klinge mit auf die Haare. Ja. Wie ist es? Der Toten gedacht, voll gemattert, voll begehrt. Das ist jetzt kein Spoiler, sondern eine Mechanik, die dir leider nicht erklärt wird. Du kannst mit dem Traumnagel Gedanken und Träume lesen. Also von NPCs, Gegnern und auch einigen Objekten. Das ist wichtig, wenn man eine Chance haben will, das halt in die Story zu verstehen. Das... Ich wäre mir nicht sicher, ob ich das ausprobiert hätte. Aber deswegen möchte ich... Deswegen danke für den Hinweis. Traum Schild. Ähm... Beschwört ein Schild, der den Träger folgt und versucht ihn zu beschützen. Das klingt OP. Ich probier's aus. Den Stein dort kannst du beispielsweise mit dem Traum... Was? Den Stein... Hier... Was? Also wirklich hier... Schütze dich, du bist unser letzter. Okay. Okay. Okay, das ist jetzt ein Scherz. Kann ich diesen Zaun hauen? Oh... Kann ich... Kann ich diese Laterne hauen? Oh... Nein, alles gut. Ich wollte es nur lächerlich machen. Mit... Okay. Äh... Die Tür ist aber legit. Nein. Keine Hilfe, okay. Aber ich könnte beispielsweise die See ranhauen. Okay. Äh... Da links war ein Hirschkäfer und da ist ein Ausgang. So... Ist das doch etwas? Dann... Schalte ich mal kurz den Hirschkäfer frei. Borkenkäfer, wie auch immer. Ne... Aber ich meine... Ich werde jetzt alles hauen. Huh? Tut mir leid, dass ich dich nicht verpasse, weil wenn du dich verlaufen hast, warum kaufst du nicht einfach eine Karte für dieses Gebiet in unserem Geschäft in Misbach? Wann... Wann hätte ich herkommen können? Was? Okay, anscheinend aus der Kristallspitze, wenn ich... Oh, wenn ich einen Supercharge rüber gemacht hätte. Ah. Oh, dafür musste ich nicht mal was zahlen. Ah, viele Hirschkäfer-Statitionen sind dann offen. Ich kann wieder die Weite des Königreichs bereisen. So viele großartige durchversteckende alte Seitenwege, die ich vergessen hatte. Nur das, was wirklich ominös oder wichtig aussehende Zeugel-Grabstein da war schon eine Ausnahme irgendwie. Okay. Okay. Irgendwo zwischen den Linien liegt das Hirschkäfer-Nest. Der Ort, an dem ich geboren und aufgezogen wurde. Ich hatte gedacht, dass mein nachlassendes Gedächtnis den Ort vergessen hätte. Auch jetzt kann ich mich fast an den Weg erinnern. Wenn du weiterhin Hirschkäfer-Statitionen öffnest und mich durch sie rufst, finde ich diesen Nest vielleicht wieder. Ah, das würde mir sehr gefallen. Die ewige Ruhestätte. Reisende kamen hier, um Rituale für die Verstorbenen durchzuführen. Aber heute nicht mehr. Vielleicht führen die Toten jetzt ihre eigenen Rituale durch. Ich weiß. Ich ermüde jetzt so schnell und meine alten Beine schmerzen immer mehr. Da habe ich das Glück, überhaupt so alt geworden zu sein. So viele andere hatten dies nicht. Okay. Ja. Ich wollte ein paar... Und jetzt hieß es mal anschneiden. Hey, wo ist... Wo ist meine Geliebte? In die Ruine hinabsteigen. Warum? Hier oben ist alles so viel einfacher. Ah, wait. Ich habe kein Geld. Ich bin froh, dass ich meine Waffen abgelegt habe. Dieses ruhige Leben mit Curry macht mich viel glücklicher. Doch es wäre schön, mir wieder einmal die Beine zu vertreten. Irgendwann bald. Ah, Barfanada. Ewige Ruhestätte. Bis von der Wurzelnadel. Okay, ich brauche 225 Münzen. Ah, die liegt hier rum. Ah, der weiße Ritter sei nicht schüchtern. Kalt draußen. Bett ist weich. I guess? Ah, ja, das hatten wir. Warte Ja, nein Stopp Hallo So, noch einen Waffenschwinger nehme ich an, dein Weg wird gesäumt von Toten. Wenn du der Toten schon nicht gedenkst, denke doch wenigstens an die ganze Arbeit, die du mir bereitest. Okay, eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Ich habe noch 500 bei der Dings. Ich muss zum Schmied. Fangen wir mit dem Schmied an. Und zwar von der Station des Königs. Nein, 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 nein. Ah, wait. Das war nämlich das Nächste. Also. Ähm. Der ist immer noch praktisch. Seelenfänger ist gut. Ähm. Der ist okay. Der braucht drei. Ich glaube, dann nehme ich den Schwamm erstmal raus. Und guck mal, was das ist und was das macht. Okay. Okay. Hm. Weißt du nicht, was ich davon halten soll? Aber irgendwie, glaube ich, ist das recht cool. Kann er auch in der kleinen Form noch Schaden machen? Nein. Au. Au. Der kann auch nach oben schlagen. Ähm. Weiß ich noch nicht. Autsch. Mein. Schwierig einzuschätzen. Aber ich glaube, es lenkt mich eher ab. Im Moment. Vielleicht wird zwar ein anderer besser für mich. Aber im Moment würde ich sagen. Ähm. Was habe ich sonst noch? Stabiler Körper. Dann kriege ich nicht zurück. Ah ja, genau. Den Langnagel. Den wollte ich ausrüsten. Aha. Ja. Mein Gedanke war auch eher die 3 Slots als tatsächlich das Schild der Problem ist. Haus. 1. In dressed. 2. 1. Oh mein Gott, I will the Maxima shine. Au, Maxima, was macht das Leben? Bist du fertig mit Überstunden schieben? Für heute. Au, okay, ich gehe. Ah, oh shit, ich habe jetzt morgen meinen ersten Arbeitstag. Insofern. Eine Tür mit einem einfachen Schloss. Ne, noch nicht. Ich, 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 ich stelle mir eigentlich jetzt, ich möchte eigentlich jetzt mir echt den Kommentar verkneifen, so, insofern hast du bisher nur fünf Überstunden für dieses Jahr. Okay, ich möchte hier lang. Wobei das eigentlich gar nicht witzig ist. Ich weiß gar nicht, ob du meine Phase mit drei Wochen, zwölf Stunden Nachtschichten mitbekommen hast. Die Nachtschichten nicht. Nein. Drei Wochen Überstunden, ja. Bist du zweimal so gegen neun bei mir im Stream aufgetaucht und hast gemeint, dass du erst fertig geworden bist mit Arbeit. So, ich habe einen neuen Weg freigestaltet. Noch ein Schlüsselloch. Ja, wir machen es anders. Ich mache da das Goldene dran. Dann ist es ein Schlüsselloch. Wenn ich tagsüber gepennt habe und von neunzehn bis sieben gebe. Wow. Das war gerade extrem beeindruckend. Ich meine, ich habe von einigen Leuten bei uns gehört, die sowas ähnliches machen. Ist halt nicht von sieben bis sieben, aber so von, keine Ahnung, von drei bis neun oder sowas habe ich mal mitbekommen. Hatten halt nur Projektarbeit und keine Meetings und dann haben die so einen Scheiß gemacht. Aber ja, beeindruckend, dass du Nachtschichten schiebst. Kriegst du dir dann wenigstens überbezahlt? Also, kriegst du dann Aufschlag? Achso, nein. Du kriegst ja nur Pauschalen. Ja. Ja. Das tut mir leid. 800. Okay. Wo kriege ich jetzt auf die schnelle 800 her? Ah, hast du schon Zeug verkauft? Ich kann Zeug verkaufen. Ich weiß nicht, welchen Boss hast du bereits? Kann ich dir kurz die Karte zeigen? Ähm. Ähm. Ja. Die. Also ich, es war kein Spoiler, dass ich Dinge verkaufen konnte. weil ich weiß, dass ich an irgendwas dieses ranzige Ei loswerden kann. Und ich kann diese Sachen hier loswerden. Das ist mir bekannt. So. Aber ich glaube, ich sollte eher nach oben gehen, anstatt nach rechts. Weil ich eher unwahrscheinlicher sterbe. Ähm. Schwierig zu beschreiben, was ich dann für Bosse hab. Also. Ich hab. Ich hab diese komische mutierte Spinne. Ähm. Theoretisch könntest du den Giffer dafür schon finden. Okay. Ähm. Werde ich den versuchen zu suchen. Was für den in der Bücherei? Ähm. Nein. Ich denke nicht. Das ist glaube ich der letzte Ding nicht gemacht. Ach du hast das Spiel. Ähm. Du. Bei der Frage, welche Bosse hast du schon. Klang das so. Ja. Ich hab das Spiel schon mal durch. Nee. Bücherei nicht. Aber ich glaube die Reihenfolge ist auch nicht so ganz festgelegt. Und der Mann. Achso. Ich bin gerade irgendwie bei Sekiro gewesen und wollte zaubern. Weil ich dachte da wäre der Dash. Ah. Ich hab ganz kurz gedacht dass ich mich jetzt in die Luft jahre. Ähm. Bin falsch abgelogen. Auf der linken Seite. Oh. Ja. Linke Seite in Anführungszeichen. Haben sie das? Ernsthaft? Überlebt? Ich dachte, ich habe meinen... Ich denke, ich verlängert. Geh, geh die. Verdammt. Das ist was er gesagt, ja. Genau das. Ähm... Gut. Also... Die Nadelverlängerung merke ich echt nicht. Okay, ich brauche Geld und ich brauche Geld. Fangen wir mit Geld an. Maxim, was du in diesem Wurmgraben in dem Spiel... Weil da habe ich heute zwei Stunden vor. Nicht, dass ich mich erinnere. Warte, ganz kurz. Ich sage dir mal, wie es genau heißt. Tiefnest. Im Englischen heißt es... Genauso. Nur halt auf Englisch. Let me start my game. Abheben, bitte. Alles. Danke fürs Aufbewahren. Du warst... Ne, du warst nicht nutzlos. Ich habe einmal 150 oder so verloren. So. Ah, hier in dem Gebiet ist sogar... Ah. Ah. Moment. Das will ich kurz ausprobieren. Ich sollte dabei nicht sterben. Sterben. Ich dachte wirklich, ich fahre ich dem aus. Ach ja. Ich erinnere mich. So. Ha. Ha. Oder? Ach ja. Oh. 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 Wer hätte das gedacht, dass die das eben laut sagen, okay. Piepen ist weich, aber nicht im linken und unteren Park. Soul Sanctum, nein ich glaube da war ich noch nicht. Och man, ich habe wirklich gehofft, dass das klappt. Ich glaube, ich habe aber eine Vermutung wie das ist. Gut, dass mich hier kein Gegenang greifen kann. Okay. Das heißt, ich muss wieder runter. Ich bin ein Profi darin alles so zu erkunden, wie man es nicht tut. Ähm, genau. Okay, eins weiter unten. Äh, er ist in die Stadt oder er ist zum Schmied? Ich habe über Telegram was gesehen. Ein Foto. Okay. 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 Also ich habe bereits eine Spinne erledigt, die du noch nicht erledigt hast. Ich muss nach rechts und da nach unten. Ich brauche mehr Geld, viel mehr Geld. Was waren das? 225, wenn ich nämlich wäre. Also noch 120. Stimmt doch. Kamera. Das ist richtig. Und da geht's zum Spiel. Da geht's. Ja, jetzt können wir das machen. Mach ich mich mal an die Arbeit. Krimper, krimper. Ja, das war dieselbe Animation wie beim ersten Mal. Garadao Akari. Waffe neu geschmiedet. Ich habe deinem Nagler eine Rille zugefügt. Er sollte jetzt viel effizienter schneiden. Du wirst merken, dass er stärker ist als vorher. Ja. Geh raus und probier sie aus. Ja. Gut. Jetzt müssten ja theoretisch mehr Gegner mit einem Schlag sterben. Der immer noch nicht. Stimmt, ich hätte nochmal reden sollen. Der ist mit einem Schlag weniger gestorben. Also mindestens ein Schlag weniger. Ich wollte nochmal mit ihm reden, ob er nochmal die Waffe upgraden kann, wenn ich ihm nochmal was bringe. Zwei Stücke bleiches Herz. Okay. Puff. So, 170, noch 55. So, wo gehe ich jetzt hin? Ich kann so einen Schlüssel benutzen. Ich kann mal zu dieser Statue gehen und gucken, was da ist. Und tot. Ich möchte gern das Geld dafür. Gegner sterben nicht umsonst. Also nicht kostenlos. Ach, das war ja das Denkmal. Hm. Hm. Ja, doch. Ein paar Sachen sterben schneller. Okay. Schade. Ich dachte vielleicht gab es da was cooles. Wir haben bis eben noch im Harz am Skifahren. Im Harz gab es Schnee. Oder wart ihr dort zum Skifahren und wurdet enttäuscht. Ja. Wenn ich jetzt das genau damit erinnere. Es gibt auch die Schneide-Pisten. Vielen Dank. auch gut so beim ersten zuhören ok irgendwie komme ich da später wohl gut noch nicht im moment ach so der rest gibt es noch was ja wie wissen wir eigentlich die stadt untersuchen das was ich ich kann den hier machen ich sagte ich kann den hier machen freuen wir gut bremsen das gegenteil ich verstehe oder ist es ja jetzt fahren wir hoch ah damit komme ich nicht so weit wenn ich hier also theoretisch müsste ich ja irgendwie äh bin ich die mittlere piste du meinst also die mittlere schwierigkeitsgrad ich bin auf der richtigen höhe geld danke achja ich glaube ich bin dem begegnet und hab gesagt ja ist in ordnung reicht mir auch da kann ich also nicht zerbrechen ok so dann komme ich von hier jetzt auch hoch lass mich raten du hast bäume im arm umzubringen maxium darf ich vorstellen meine freundin im chat dinge die letztes jahr schon äh erstaulicherweise passiert sind hier wird ich war hier gut hier stimmt eigentlich wieso ist sie nicht mord das ist eine sehr gute frage hier ich verleihe dir jetzt die verantwortung leute zu baden die mir nicht gefallen so und zusätzlich kannst du ja mal dein amazon account mal mit twitch verknüpfen dann hast du noch Twitch Prime was absolut nichts bringt außer dass du sagen kannst dass du Twitch Prime hast ich meine es gibt manchmal kostenlose spiele und so ich wollte schon sagen ist das irgendwie zu ruhig das ist es folks meist lief es so ab dass ich ein Stück gefahren bin irgendwie eine kurve kam oder ich zu schnell wurde und ich in der draw me like on the french girls pose gebremst habe ok jetzt weiß ich wieso ich ein gelächter aus dem nachbarzimmer gehört habe okay um Ah, hier kann ich den eleganten Schlüssel benutzen, okay, wobei doch, soviel kann da ja nicht dahinter sein, weil, oder vielleicht doch, ah, okay, da ist ein Gegner, ich hätte vielleicht die Bank da nehmen sollen, jetzt fahren, ja, ziemlich genau das, okay, Stockwerk tiefer noch Stockwerk tiefer anders tiefer gegen die ja ist schon richtig so dann besuchen wir mal die näherliegende Bank für die wir extra gezahlt haben Karte habe ich ja Au Ah Nee da soll der hoch springen okay und dann gibt es nochmal Fahrstuhl in die Richtung gut ich weiß aber ich sollte doch eigentlich gegen den ankommen können weil ich meine der Schüssel wurde mir ja schon freigeschaltet ich muss nur besser ausweichen Geist bitte sei gut durch die Schüssel bitte ja schön das ein Geist ah verdammt Wow, ich bin an der Scheißwand hängen geblieben. Okay, Moveset technisch ist das auch nicht so schwer. Ich habe wegen der Teleportation erstmal ein bisschen viel Panik gekriegt. Stimmt Maxim, war es eigentlich nur mit Anni oder war auch jemand dabei beim Skiurlaub? Wieso hast du 3 Leben? Ach du, war es mit der Familiar-Kipp. Gut, da ich das kriegen konnte ohne direkt wieder kämpfen zu müssen. Erkunde ich mal kurz den Rest. Okay, das war creepy. Ich habe einen Behälter kaputt gemacht, der mir so etwas wie Seele gegeben hat. Das habe ich nicht. Okay, war ja doch nicht so schwer. Ich meine, schön, dass es jetzt quasi von einem Boss zum Standardgegenüber gewechselt ist. Könntest du... Danke. Wer riecht aber? So sehr schreckt uns der Geist noch immer ein. Wie können wir seine Grenzen überwinden? Dann ist es überhaupt möglich einen unverfälschten Fokus zu erlangen. Okay, dafür musste ich ja. So als Tipp direkt im Fahrstuhlschacht zum Boss kannst du die Wand zerstören. Soll mich das... Oh mein Gott, hier ist dasselbe nochmal. Anscheinend aber minus die Geister. Ich meine... Danke für den Spoiler. Ich erinnere mich nur, dass Spyro ist. Huch. Es ist nicht der Spyro. Äh, nicht? Ah. Tja. Tja. Da tut mein abfälliger Unterton etwas leid, aber ich mag kein Backseating. Außer ich frage explizit danach. Bleib tot! Tja. 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 Ich wollte gerade sagen, ich kann doch hier bestimmt eine Abkürzung freischalten, sonst würde das hier nicht existieren. So, wir können einen Zwischenstopp links einlegen, bei der Bank, dann sehe ich die Karte, dann kann ich ein bisschen mehr einschätzen, wohin mit mir, und dann kann ich nochmal, nein, zurück, dann kann ich nochmal, gut, sind wir hier gesprungen, na gut. RIP. So. Aber ich finde echt mag ich es zu laufen, vielleicht mag ich das Spiel so sehr, dass ich gerne rumlaufe. Ach da, hab's gefunden. Ok. Ja, gut, das hilft wirklich. Hat mich auch gewundert, dass da kein Durchgang ist. Ach, das fehlt sich. Ah, nein, nein. Halte das zu? Mal Shankar oder? Oh mein Gott, der hätte ruhig tot sein können, der andere hat nicht so viel vertragen, alles gut, ich mein, am Ende war es ja kein Versteck, sondern nur eine Abkürzung, also würde ich das eher mit einem Danke absprechen. Ah, komm! Wow! Oh mein Gott, wenn ich die Geister nicht töte, spawnt was zum weiteren nach. Oh! Oh! Endlich! Das wäre cool gewesen, wenn du ihn mit seinen eigenen Kugeln getroffen hättest. Ja, ich glaube, man kann die Kugel tatsächlich reflektieren. Ich glaube, das hätte ich auch machen sollen. Ist mir aber irgendwie erst später aufgefallen. Oh! 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 das soll so ein all in one paket okay ja ich bin hier hochgeklettert und ja ich habe ein abgerätsunfall geschaltet gut oh mein gott die dinger sind nicht einmalig ich hätte ruhig weniger teleportieren können dann wäre es schneller vorbei gewesen das hier nicht gleich ich wollte gerade sagen ja den habe ich erwartet ich liebe diese spiele man braucht aber echt gute nerven ja ja es geht eigentlich tatsächlich noch ich glaube nachdem man alle dark souls spiele bloodborne neo und gott damit mir fehlt jetzt erst ab nicht das letzte spieler das ich gespielt habe ich habe nichts davon auf 100 prozent ja gut was heißt hier nichts auf 100 prozent ich habe halt eine bosse aber ich habe nicht eine herausforderung ich finde es lästig alle herausforderungen zu machen wenn man dann teilweise für eine herausforderung vier stunden rumsitzt ich würde es nur das weniger schnell abfeuern also ich glaube bloodborne war das einzige spiel bei dem ich quasi alles im voraus wusste also hinsichtlich der bosse welche existieren und so weiter in ja gut und bei dark souls 1 konnte ich ein bisschen gebooten aber ansonsten ich habe alle blind gespielt ich habe nur danach quasi kurz vor ende dann jedes mal noch gesagt okay jetzt gucke ich kurz nach wo man noch was machen kann perfekter moment zum einschalten guten abend kalender so so muss ich nur kurz gucken da scheint so etwas für einen durchgang zu geben also irgendwie muss man scheinen noch wende zu stellen können ich habe den namen des bosses schon wieder vergessen jedenfalls ich habe den fetus am strand mit dem zweiten versuch erledigt dafür habe ich bei maria 10 versuche gebraucht zauberbändiger reduciert die seele kosten von zauber gott dammit ich sehe nichts fragt besser ich meine das sind verdammt schwere bosses sie allein hin zu kriegen ist schon respekt also die geduld dafür zu haben sie durch zu kriegen ist schon respekt und ich rede wirklich davon wenn man es dann selber macht und nicht sagt hey oh man oh man oh man sehr mein meister ok 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 richtig oh shit ah oh man 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 Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, ich hab mich hoist noch. Oh, verdammt. Easy, motherfuckers. Oh, verdammt. Gut, ich hab dich ein bisschen zu früh gefreut. Oh, verdammt. Okay. Ah, mein Gott, nein. Ich hatte nicht die Chance, mich zu heilen. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich war auf einem Pokémon GO PvP-Turnier. Und das war dann so, ich beende so den Kampf gegen einen Typen. Also gegen Pokémon von einem Typen. Und sag so, ja, GG. Und der so, du vergisst da was. Und ich saß da. Äh, what the fuck. Und dann schmeißt da doch ein Vieh gegen mich. Und das war mein letzteres. Äh, wait. Bin falsch gelaufen. Perfekt. Aber willst du Priekert? Ja, das. Ich mein, hätte ich gewusst, dass da doch was kommt. Ich hätte mich erst mal hochgeheilt. Das ist so gemein. Wait. Ich kann hier so sowas hier machen. Äh, es gibt keinen kürzeren Weg, okay. Au. Ich warte. Ich hab dich gehauen. Na gut. Na gut. Okay. Ah, ich hätte mit dem Aufzug einfach hochfahren können stattdessen, ok. Okay, ich muss mir mal die Wege beraten. Na, freundlich, na gut, ich meine theoretisch brauche ich hier keinen Sauber gegen den. Ah, da ist ein weiterer Nachgesprach. Achja, das konnte man nicht. Okay, na komm, diesmal aber. Kommst du runter? Danke. Gut, diesmal machen wir es richtig. Ach ja. Au. Okay. Ah, konnte ich noch mal russpringen. Gut, dass die Wellen unten nicht mehr davon. Ich hab verursacht. Gut. Fuck you. Guten Abend, Fosco Ratschon. Gut, du warst schon da. Sorry. Du hast so lange nichts begeschrieben. Ich dachte nicht, da wäre jemand anderes dabei. Was? Das war's? Das hätte die zweite Phase werden können? Ja. Jetzt kann ich so einen Scheiß machen. Mein Inventar, ja, können wir machen. Das wäre dann das hier. Bitte keine Spoiler, ob das gut oder schlecht ist. Ah, das ist ne Tür. Ah, irgendjemand will mir schon wieder was erzählen. Spoilern. Ähm. Achso, ja. Danke für die Eno. Ähm. Okay. Wah. Danke schön. Geh mal rein. Das Problem ist, wie viele Phasen hat er... Oh, ich verliere mein Zeug nicht. Ich finde eigentlich nicht schwer, nur super nervig, weil man ihn so gut wie nie mehr als einmal treffen kann, wenn überhaupt. Mir gefällt das Spiel bisher. Also ich habe meinen Spaß dran auf jeden Fall. Okay, ich meine, das Ding war, der Typ ist quasi mit dem First Trial nicht zu machen. Schade, ich habe gehofft, dass ich zwischen zwei durchspringen könnte. Oh mein Gott! Okay, einen Versuch gebe ich noch. Die Frage ist dann halt auch noch, hat er noch eine zweite Phase? Das macht auch nochmal einen großen Unterschied. Okay. 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 Ich glaube, ich zerstere das mal. Das braucht Zauber, ne? Okay. Okay, das braucht, ne? Okay. Okay. ok ich bin unten Siegel vom Heilandsnest achso das ist so ein Dingsding kann ich den Angriff nach unten sonst auch unterbrechen damit ich unterwegs dann irgendwie dicht bis ins Nirvana runter fliege hi hi Ah, kann man unter dem Boss kommen, okay. Diese spontan auftauchenden Gegner sind schon lästig. Ah, okay, ich erkenne den Raum. Au, das war unnötig, das hätte ruhig verschwinden können, nachdem er tot war. Okay, das ist ein schöner Weg zurück, aber da gab es noch mehr. Wobei die Frage ist, ob dieses noch mehr jetzt schon untersucht werden sollte. Okay, mal abgesehen davon, wir haben nach Mitternacht. Oh Gott, das hätte mir ruhig einer sagen können. Ich schiebe es darauf, dass ich den Boss vorher nicht beim ersten Versuch gemacht habe, weil ich müde bin. Jetzt pfeife ich unschuldig, als ob es die Wahrheit ist. Okay. Oh Gott, damit. Immer nicht so ausreden, ja. Gut, aber nichtsdestotrotz. Ich werde trotzdem müde. Es ist trotzdem Mitternacht. Aber glücklicherweise muss ich morgen nicht zur Arbeit. Fürstet euch vor meiner Macht in Baden-Württemberg mehr Feiertage zu haben, als die anderen. Okay. Genau, aber ich würde damit trotzdem heute Schluss machen. Ich empfehle mich weiter. Ihr kennt das Prozedere. Followen. Ihr wisst dann, wann ich hier on bin. Und so weiter und so fort. Morgen bin ich wieder da, werde weiterspielen. Genau. Und dann gucken wir mal, dass wir einen von den Träumen vielleicht sogar erledigt kriegen. So. Das wärs aber für heute. Ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben. Ich bedanke mich bei allen neuen Followern. Oder allen Followern, die gleich passieren werden. Und wünsche euch entsprechend eine gute Nacht.